Nacht war du kannst trotzdem ins Bett liegen nein wenn es nicht nacht ist das muss das geht echt nicht nur seit wann schon immer wo lebschen du und auf dem mars auf geht es zählt mich an den wir wissen jetzt quitt ok ja mein wegen wie weit gestern darunter scheiße ich habe keine Pfeile mehr ich kenne es perfekt einmal draufschlagen aufwählen auf wen wo ja auch fackeln und stein sind noch da und das schon Kiste er hätte ich das viel Zeit alles teins und ich will juli das ist aber ein bisschen offensichtlich mehr will ich nicht nur das doch das sieht man übelst egal juli das sieht man vor ich sehe sogar ich habe mir ja der haben wir ja sehen macht doch nichts sagst du jetzt noch aber dann ist auch ankommt ich habe das war mich so hell erzählt denn ach so da kommt du hast eine fackel platziert ja oder er zwang mal zu bauen ich ja dein dein schloss wir sehen wie das werden zwar wollen werden jetzt soll ich nicht vielleicht von der anderen Seite das wäre doch vielleicht schlau und ich bin ekelig da muss bloß wissen wann ich da bin ich glaube jetzt ja da guck wird schon wieder flach ja wegen Wasser das muss ich schnell hoch und gucken bleibt man da kann ich an der Ecke stehen ok du stehst direkt über mir ich sehe dich nicht nicht da ja ist das der letzte block ja mein geld wie weit noch nicht mehr weit ich glaube zwei oder drei blöcke noch ok das kriege ich schädig okay jetzt und jetzt ist es der letzte noch ein noch ein durch gesichert und so ach so ist nach drüben wurde er ja an dem am letzten rüber und zwar warte halt 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 äh wo bist'n du ja noch da Lukas hast du Kies? ich bin jetzt hier ja das hast hast du Kies? ne nix ja da kommst du da kommst raus oder warte ich mach mal die Felder hier ordentlich muss ja auch mal jemand machen jetzt muss ich schnell jetzt muss ich schnell die Ausstattung holen die Ausstattung ja der die das Ausstattung ja genau wenn schon denn schon ne genau wo ist Eisen wo ist lol ich muss doch jetzt hier lol ich bin jetzt hier fail alle ernsthaft juli was wo komme ich da raus direkt am am Dings zeitlich schnell Meter ah ok und was bringt das jetzt ich kann auch das ist Abwehrsystem Lukas hast du eine Minimap? welches Abwehrsystem? jetzt pass auf kannst du dir vielleicht bei unserem Haus ein Wayfond machen? ja weil dann können wir gleich auch mal aufhören zu gehen aber dann müssen wir auch weiter weglaufen das man kann hier schlachten oder? was? wofür? 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 ja wir haben noch Essen und wir haben Kartoffeln wo sind meine Kartoffeln? stimmt ich hab sie hier warte wofür? ich hab noch ganz viel Zeug was? welche oben das Feld mal abbauen? ja also nicht abbauen, abbauen, sondern so, abernten und warte kurz nein nicht nicht abbauen, nicht abbauen nein das Feld da unten verlegen nein 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 lass 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 das wird zweistellig passt so ist ja gut ist ja gut ja ich lass sie schon fänger davon der kommt halt hoch ups Juli ich hab ne Spitzhacke mit Halblichkeit und Effizienz hab ich auch welche Diamant? ne ja ich hab ne Diamantspitzhacke boah ihr seid voll die Cheater ey mega und jetzt was will ich jetzt machen? jetzt muss ich kurz das hier trocken legen jetzt hab ich hier eins, zwei, drei aber nicht in der Farbe bitte hast du echt kein Kies? ja ok nein das ist so nett das hat jetzt ein paar Pfeile machen können boah weil wir haben 41 Fäder was machst du da? immer das Gründer ist jetzt ergrüßend was bringt das die die Fackel jetzt pass auf nein nein pass auf die Ärzte und lerne wieso machst du dich auch mal ne Eisenbrust um Lukas? lol ja bald ja bei dir auch? ja warte warte was wird das? warte einfach immer nur das gleiche hier ne warte einfach lol jetzt hat sie mich nochmal geleckt hehehe kannst du da schnell einen Blockkrieg ziehen wo? wow wow ich seh zu aber es kommt nix oh my god ich kann nur abbuddeln ja ich brauch jetzt hier ein bisschen Platz ich hab da die Redstone Fackel weg gemacht wo? Junge warum leckt der so? da habe ich ja auch gesehen du könntest mal kurz nur einmal Wasser holen hier tu was für dein Geld jungen lol was sind das für Lecks? jetzt Twitter jetzt n einmal tschö das liegt am Lukas seiner aus alter was? meine Auffah ne an deiner negativen HALTE du meinst du eher an deinem negativen Niveau an Yannis seinem ja ja ich muss mal ein paar Skelette töten klingt net außer sehend dich um pass auf gleich kommts gleich M.O.D. was slain by by himself bei Skelett ne ich muss hier mal nen ganz kurzen Cut machen Gott 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 ey Lukas ich fahr jetzt hier mein Boot runter ok tschö ja geht grad nicht ne geht grad nicht wir nehmen auf ich meld mich gleich wir nehmen grad auf es ist grad ganz schlecht ich meld mich nachher tschö 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 wir wollten eigentlich so bis 10 m aufnehmen oh da zieht sich eine Leyen tschö tschö man sind ja so wenig wie es geht lehre so der einen Weg oh fuck 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 du kommst von da wo der Cobblestone ist gell ich bin aufs Bohren warte mal sag das war Absicht das ich wollte eigentlich nicht in was kann mich einer von euch nochmal tippen was ist jetzt passiert ich bin mein Boot runtergefahren jetzt was jetzt vom Land aus runtergefahren alter alter der schlau ach ich bin ein schlaußer mit der Welt kann mich ja mal tippen mindestens jetzt pass auf was brauchst du ich hab kein schritt bewegt das geht echt schnell bei dir Lukas was tp mich nochmal ich bin wieder runtergefahren ich hab nicht kein schritt bewegt hallo was brauchst du ey ich hab nicht gar ne tp ich bin am überlegen ja ich weiß ich meinte kannst du dann nur Block ihn platzieren hier ach so wo nein ja angst ich mach's egal nix davon noch dass man nicht noch fallen kann ok was machst du jetzt nee ich muss noch Kolben irgendwo irgendwo hin platzieren ich bin sicher was für die Sicherung what the fuck äh brauchst du das Loch da oben nö ja für den Auskuss äh äh Juli dann könnte ich ja hier schon mal mit Erde zumachen um etwas langes und hartes ganz tief reinzustecken oh mein Gott genau meine Sachen wo sind die ich mach deine Sachen für eine ganz tief hart reinstecken